Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Seit MyPride Folge 8 wissen wir, dass Nothing eine Reinkarnation von Kyoga ist. Wir wissen auch, dass irgendwo in der Welt von MyPride noch eine Reinkarnation von Light leben muss. Heute beschäftigen wir uns mal mit der Theorie, welcher Charakter denn Light sein könnte. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder MyPride auf Deutsch interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. In der ersten Staffel von MyPride gab es ja schon den einen oder anderen Charakter, bei dem wir uns dachten, ja, das könnte eigentlich Light sein. Und fürs heutige Video habe ich euch vier Theorien zur Reinkarnation von Light mitgebracht. Beginnen wir mit Theorie 1 und einem Charakter, der uns zumindest seit Folge 9 ziemlich suspekt ist und eventuell zu Light passen könnte. Die Rede ist hier natürlich von Fire. Dass Fire in Folge 9 und Folge 10 zu einem ziemlichen Vollpfosten geworden ist, hat mich tatsächlich ziemlich schockiert. Eigentlich hätte ich nicht damit gerechnet. Fire war sogar lange Zeit mein Lieblingscharakter. Und vor allem die Tatsache, dass er Tangle gekillt hat, einen der sympathischsten Charaktere in der Serie und einen Charakter, mit dem ich Fire sogar geschippt hätte. Uff, das hat mich echt fertig gemacht. Aber warum könnte Fire jetzt die Reinkarnation von Light sein? Naja, wir sehen in der Serie, wie sich Fire von einem sympathischen und netten Löwen, der seiner Schwester einst noch versprochen hatte, dass er irgendwann zurückkommen wird und sie retten wird, zu einem Löwen verwandelt, der sie auf das Rudelgesetz beharrt. Das ist jetzt natürlich nicht komplett gleich wie bei Light. Allerdings war Light sicher auch mal ein ziemlich sympathischer Charakter, der halt zu einem ziemlichen Vollpfosten wurde, weil er seine große Liebe an jemanden anderen verloren hatte. Bei Fire war es halt so, dass er anfangs ein ziemlich sympathischer Charakter wurde, der halt durch die ganze Situation in der Wüste zerfressen wurde. Und spätestens seitdem er Tangle in der Wüste getötet hat, ist er halt nicht mehr derselbe. Ich meine, wenn man länger darüber nachdenkt, kann man es natürlich schon irgendwie nachvollziehen. Ich meine, sie hatten tagelang nichts zu essen oder zu trinken. Und da fand Tangle etwas zu fressen, und das sah für Fire halt in diesem Moment so aus, als würde Tangle das alleine fressen. Aber ich meine spätestens ab diesem Blick, ich meine, come on! Man sieht doch, dass dir nichts Böses im Schilde führt. Es bricht mir jedes Mal das Herz, wenn ich diese Szene sehe. Also halten wir mal fest, es könnte möglicherweise sein, dass Fire die Reinkarnation von Light ist. Ich persönlich glaubte jetzt noch nicht wirklich so dran. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich hier um einen komplett anderen Charakter handelt. Aber dazu später. Kommen wir zur Theorie 2. Feather. Es wäre ja natürlich auch möglich, dass Feather die Reinkarnation von Light ist. Das würde zumindest gegen Ende der Serie zu einem komplett dramatischen Ausgang führen. Denn Nothing hatte hier den klaren Auftrag von Rain bekommen, die Reinkarnation von Light zu töten. Und gerade durch diese immense Bindung zwischen Feather und Nothing könnte das komplett dramatisch werden. Ich muss ja allerdings wieder sagen, dass ich persönlich wieder nicht unbedingt an diese Theorie glaube. Da fände ich es dann sogar realistischer, wenn Fire die Reinkarnation von Light wäre. Denn wir wissen ja, dass Feather diese Rudelgesetze komplett ablehnt. Ich wollte Feather dennoch in dieses Video mit einbringen, da ich diese Theorie und ein paar Videos von MyPride schon lesen konnte. Kommen wir zur Theorie 3. Proud. Das ist der Charakter, dem ich es absolut zutrauen würde, eine Reinkarnation von Light zu sein. Ich meine, die erste Einführung mit Proud zeigt uns schon, wie unsympathisch er eigentlich ist. Fire stellt hier den anderen Außenseitern seine Schwester vor. Und Proud reagiert hier direkt abweisend, als er den Namen von Nothing erfährt. Immerhin weist der Name ja aufgrund des Rudelgesetzes auf die Stärken und Schwächen einer Löwin hin. Dementsprechend würde Nothing eigentlich bedeuten, dass sie eigentlich gar nichts kann. Und das zieht sich halt durch alle Szenen, die wir mit Proud oder Proudmane dann haben. Er reagiert auch höchst aggressiv, als er erfährt, dass Harald lesbisch ist und in Nothing verliebt ist. Er hätte sie dafür auch umgebracht. Und das ist definitiv eine Parallele, die wir zu Light ziehen können. Denn aufgrund der Tatsache, dass Light seine große liebe Kyoga an eine Löwin, Karabi, verloren hatte, kann es jetzt natürlich sein, dass er in Bezug auf lesbische Beziehungen immer ziemlich abweisend reagiert. Und das würde hier zu Proudmane ziemlich gut passen. Also Theorie 3, Proudmane kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Kommen wir zu unserer letzten Theorie. Und zwar... Kein bestimmter Löwe. Ja, ihr habt richtig gehört. Das klingt jetzt natürlich im ersten Moment etwas komisch, weil... Warum kein bestimmter Löwe? Die Sache ist, die erste Staffel ist jetzt vorbei. Wir wissen aber nicht, wie viele Staffeln noch geplant sind oder wie viele Folgen noch kommen sollen. Dementsprechend könnte es eigentlich noch ziemlich gut sein, dass noch ein Charakter eingeführt wird, der dann die Reinkarnation von Light sein soll. Und das fände ich tatsächlich mitunter am besten. Denn das würde uns auch einiges an Light ersparen. Denn das würde nämlich auch bedeuten, dass weder Fire noch Feather in Frage kommen, um die Reinkarnation von Light zu sein. Denn es könnte ja dann auch passieren, dass es beim Kampf zwischen Nothing und der Reinkarnation von Light dann zu der Situation kommt, dass Fire doch noch dazu stößt und seine Schwester unterstützt. Das wäre meines Erachtens nach ein ziemlich schöner Plot-Twist. Und ich glaube, über Feather brauchen wir hier gar nicht reden, denn wenn Feather Light wäre, wäre das ziemlich traurig. Aber bei Proudman wäre es halt nicht schlimm, wenn er dann doch nicht die Reinkarnation von Light wäre. Dann wäre er einfach ein ziemlich unsympathischer Löwe, der das alte Rudel von Nothing übernommen hat. Und aus. Fertig. Das war's. Bei Proud wäre halt das Spannende gewesen, dass er ein Charakter ist, der ziemlich gut auf die Beschreibung von Light passen würde. Das ist natürlich insofern cool, weil man halt natürlich spekuliert hat, hm, das könnte eventuell Light sein. Aber im Endeffekt stellt sich dann heraus, dass es ein komplett anderer Charakter ist. Also ich persönlich bin eher von Theorie 3 und 4 überzeugt. Ich fände es sehr cool, wenn es entweder Proudman wäre oder ein Charakter, der uns erst gezeigt wird. Aber an welche Theorie glaubt ihr? Wer könnte die Reinkarnation von Light sein? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.